Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge F1 2019 zusammen mit dem Jan bei Racing Point in Italien. Italien, eine geile Strecke, nicht. Wir haben auf jeden Fall keinen Regen. Letzte Folge könnt ihr gerne vorbeischauen, auch das Ganze auf beiden Kanälen. Beide Kanäle abchecken, parallel gucken, dass ihr nichts verpasst. Wir werden heute Italien fahren nach, ja, nicht so gutem Start gestern, gestern für gestern, oder? Letzte Woche in Belgien, ja. In Belgien haben wir schon erwartet, dass Belgien, Italien und Singapur, die drei Strecken, die fahren wir jetzt hintereinander. Belgien sind wir eben gerade eben gefahren, letztes Wochenende. Ähm, ja, wir wussten schon, dass wir die Strecken alle drei nicht so gut können. Äh, die sind alle drei scheiße. Auch Belgien fand ich, ist, Belgien ist eigentlich eine coole Strecke. Naja, es geht. Also ich finde, Belgien ist eigentlich eine coole, spannende Strecke an sich, aber ist natürlich eine total gefährliche Strecke. Und, äh, uns hat's auf jeden Fall... Und wie gefährlich sie ist, das haben wir dann gesehen. Wobei, mich die Strecke nicht getötet hat, dich hat die Strecke getötet. Mich hat die Strecke getötet, dich hat Kürt getötet. Geiler Typ. Ja, auf jeden Fall wollen wir wieder... Italien finde ich schlimmer. Und dann kommt natürlich Singapur. Italien ist schlimmer als Belgien. Äh, Singapur ist der Tod. Also noch schlimmer. Ähm... Ich hatte fünf oder vier Siege hintereinander. Dann kam Ungarn, bin ich rausgeflogen, null Punkte. Dann erst Belgien, wieder null Punkte. Ja, also... Komm noch zwei schwierige Strecke. Wäre ganz cool, wenn wir wieder Punkte holen, obwohl wir jetzt schwierige Strecke fahren. Also uns ist das natürlich bewusst, dass das jetzt echt eine schwierige Phase wird. Aber ich habe auch zu Jan schon vorhin gesagt, wir sind ja eigentlich nur Racing Point. Dafür sind wir eigentlich ganz gut dabei. Vor allem Jan ist mega gut dabei noch in der Konstrukteur auf Platz zwei. Also alles ganz interessant. Falls wir hier zu Ende fahren sollten, können wir euch morgen in Teil zwei von Italien dann auch die Rangliste nochmal mit uns gemeinsam anschauen. Äh, ansonsten... Heute nehme ich auch wieder mit Ton auf. Letztes Mal gab es dann ein paar kleine Probleme. Ich habe das ganze Qualifying ohne Ton aufgenommen. Und dann habe ich die Einführungstunde mit Ton und bin dann direkt rausgeflogen. Also das war schon ein bisschen scheiße. Ähm... Ja, jetzt hoffentlich ein bisschen länger hier mit originalem Ton. Ähm... Ich gucke dir jetzt ein bisschen zu. Ich fahre ja immer ein bisschen später raus. Übrigens bist du auch zu Haas gewechselt. Ja, cool. Und hier fährt draußen eine Kehrmaschine bei mir vorbei. Nice. Geil. Aber cool. Sauberkeit ist auf jeden Fall am Start. 35 Grad hat es auf der Strecke. Steht es. Hier steht es hier. 37 Grad in der Luft. In meinem Zimmer geht es heute auch einigermaßen. Also es ist schon wieder ein bisschen wärmer geworden. Im Vergleich zu Belgien gerade vorhin. Weil Softboxen und so laufen die ganze Zeit. PC läuft. Drei Bildschirme. Ja, es hitzt sich alles ein bisschen auf. Aber es geht trotzdem. Ich bin echt gespannt, was wir hier vollbringen. Auch. Es ist eigentlich eine so... Wie du schon gesagt hast, eine schwierige Phase. In der es umso wichtiger ist, dass wir hier quasi die Punkte bekommen. Ja. Weil Punkte zu bekommen mit dem Ende nicht. Das muss ja auch nicht Platz 1 sein, aber es müssen Punkte sein, die halt wenigstens akzeptieren. Also für mich ist wichtig, dass ich vor Verstappen und vor Hamilton bin. Weil das sind die, die mir wirklich gerade gefährlich kommen. Ja, um nicht abzurutschen. Ich glaube, ich bin von Platz 4 auf 5 abgerutscht. Und ja, ich hoffe einfach, dass das sich nicht weiter abrutscht. Das sind so viele Punkte zumindest der Gatte, um den Platz 5 zu halten. Ja, 1,22 bist du gefahren. Ich glaube, ich bin so eine ganz gute Runde gefahren. 1,22, 3. Ja, in Belgien bist du auf jeden Fall besser gefahren. Da hattest du drei Sekunden zu den Bots. Jetzt hast du 1,3 zu Max Verstappen. Ja, die sind natürlich auch auf der Strecke immer irgendwie so ein bisschen unterschiedlich. Bei manchen sind es schlechter, bei manchen sind es besser. Das stimmt. Und das ist vor allem im Qualifying auch total krass, weil man hat ja gesehen, auf der Strecke habe ich so krass mit denen gekämpft. Also das war schon, da würde ich ja selbst gegen die Schlechten wie Kürt und Elben und so hatte ich ja... Halbohn. Halbohn. Da war es ja wirklich, also... Das war ein harter Kampf. Ja, hat mich dann auch am Ende getötet. Tja, das ist auch mal aus meiner Sicht. Ich habe sogar die Eau Rouge überlebt. Ich habe zwei Dreher insgesamt sogar überlebt. Ohne Schaden. Und dann wird mir einfach der Reifen abgefahren. Raus geht's. Ah ja. Ah, mein Boxenfunk funktioniert immer... Oh, scheiße, ey. Für den nächsten... Für den Singapur muss ich unbedingt... Schade. Unbedingt nochmal vergessen. Ja. Ja, ich habe richtig viel Spaß. Ich glaube eher nicht so dran, dass das was wird. Immerhin regnet es nicht. Das hat es letztes Jahr. So, dann stellen wir mal... Ah, wir hatten längere Zeit, jetzt kein Regenrennen mehr. Ja, danke fürs Jensen. Singapur, Regen in der Kamen. Singapur. Aber wir hatten letztes Jahr in Singapur auch Regen. Nice. Das war richtig geil. Also wir hatten auf jeden Fall schon mal in Singapur Regen. Aber ich glaube nicht letztes Jahr. Zumindest nicht mehr damals, als diese krassen geilen Szenen entstanden sind. Da auf jeden Fall nicht mehr. Ich weiß noch, Italien bin ich letztes Jahr rausgeflogen. Relativ schnell. Ja, Italien bin ich auf jeden Fall auch schon mindestens einmal rausgeflogen. Letztes Jahr bist du auch rausgeflogen. Weil ich hab dir dann zugeguckt. Und dann war diese eine Kameraperspektive, hat dann schon umgeswitcht und du kamst einfach nicht mehr. Weil du vorher in die Wand gewahren bist. Das war schon langstherin cool. Scheiße, ich verbessere mich gerade ultra. Und mein Reifen ist ab. Nice. Ich hätte mich über eine Sekunde verbessern können. Ich bin auf dem Gas geblieben, egal was die Bots vor mich waren. Und dann hab ich mir den Reifen an den Bots geblieben. Du warst hinter mir. Du warst so langsam? Ich weiß, das ist meine erste Runde. Ich bin mega langsam. Du hast ja auch kein Wort. Ja, ich wusste nicht, dass du das bist. Ich habe die Bots aufgehalten und somit offensichtlich dich getötet. Ja, danke. Ja, du hast nichts gesagt. Ich wusste auch nicht, dass du das bist. Ich habe nur die Bots gesehen. Ich wusste auch nicht, dass du hinten bist. Du kannst dich doch nicht einfach so aufhalten. Das gibt eine Gritstrafe. Das mache ich immer. Alter, was ein unfairer Fahrer. Ich gebe dir gleich auch eine Gritstrafe. Ich kann dir den geben. Kann ich dir gerne geben, mein Freundchen hier. Ja, das war Plan des Plans, damit ich jetzt erster wäre. Zum ersten Mal nach einer Ewigkeit. Boah, meine Hände sind gerade irgendwie am schwitzen. Das ist nicht so gut. Ich brauche auch mein Handtuch. Ja, so geil ist die unten natürlich noch nicht. Ich mache wieder so 20.000 Bilder und du immer nur so eins. Nein, jetzt habe ich richtig losgelegt. Ich schicke dir von Belgien mindestens 20. Come on, deine Zeit knacken. Scheiße. Nur knapp, ach doch, ich hab sie Oh Ups Ich dachte, ich wär knapp dahinter, weil er hat mir Instant Rot angezeigt Aber das war ja das von der Neuen jetzt hier Ja, war alles so geplant Toll, hättest du mich nicht aufgehalten, wär ich immer noch mega weit vor dir Echt? Ja, du hast bis 2.10. besser gewonnen Hättest du mir vorher Bescheid gesagt, ich hätte coole Bilder gemacht Ey, ich dachte, du machst immer noch Bilder Nein, ich hab auch geguckt, was du für eine Zeit gemacht hast Oh, nee Ich bin einfach nur noch genau aus weitergefahren Was ein Spaß Ja, ich hab gedacht, du machst immer noch Bilder Ja, sorry, ups Wahrscheinlich haben uns jetzt alle überholt Ich hätte ja noch eine fahren können, aber ich hab keinen Bock Ich wusste, dass ich Erster bleibe Okay, Leute Ja, ähm Sieht gut aus Zum ersten Mal Erster seit ich weiß nicht wie viel Rennen Er schummelt Ich bin mir nicht sicher, ob Ungarn oder Deutschland Eigentlich hast du eine Gritstrafe verdient dafür Warte, dein Mull Ja, du hast mich aufgehalten Ich hab dich aufgehalten, du hättest ja hupen können Ja Na, jetzt ohne Spaß, du hättest ja vorbeifahren können Warte mal in den Kommentaren, ey Er hatet Mike, bitte Was? Er hat mir den ersten Platz gestohlen Er hat mir mein Auto kaputt gefahren Ich fahr immer auf der Ideallinie langsam in meiner ersten Runde Das ist mir bewusst Ja, ja Das ist mir bewusst Das ist auch nicht so cool Aber das mach ich ja nicht, wenn du da bist Wir sind ja Teammates Ja, ich war aber da Ja, aber das kann ich ja nicht riechen Kann ich nix Du bist auch derjenige, der aufpassen muss, dass du kein Blockier hast Ja Hab ich aber nicht blöd gelaufen Das ist blöd gelaufen, das ist mir aufgefallen, danke Oh, ich trink noch Ja, ich hab gar nicht vorder, ja, das hab ich gar nicht aufgestellt Stimmt Du liegst in Führung, halte das Tempo, hat er mir gesagt Ja, dann halt mal Du hast den Spaß, benutzt gar nicht die richtige Rennstrecke Was für ne Scheiße will ich wieder machen, ey Geh weg Was für ein Idiot Wie kann man so doof sein Du rammst mich nicht auf kaputt Der Regen wird nachlassen, sagt er mir Du rammst mich nicht auf die Rennstrecke Alter, war das knapp Ich hab meine Reifen warm Echt, machst du? Jetzt nicht mehr Doch Ich fahr hier gleich drauf, dann nicht mehr Nein Ja Ich hab angefangen, meine Sachen schon hochzustellen, aber ich hab's nicht ganz geschafft Das Ding ist, ist halt auch schwierig, dir so leicht drauf zu fahren, dass man sich halt nicht so komplett crazy drehen, alles kaputt macht Ich wollte dich halt nur so anditscheln Aber ich hab's geschafft Ich hab dich geditschelt Jetzt starte ich wieder mit kalten Reifen Naja, egal, du kannst den Start ja sowieso nicht Ich kann ihn jetzt Du, ey Jetzt siehst du's mal, wie ich starte Jetzt siehst du's mal, ey Alle werden an mir frei ziehen Ey 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 Hab ich Synchro gemacht? Ich glaub schon Wer braucht denn eine Synchro? Hab ich Synchro gemacht? Ich glaub schon Hab ich Synchro gemacht? Oh mein Gott So ein Schreckmacken, ey Immerhin haben wir Spaß, das find ich gut Wo ist denn denn wieder der Botas? Junge, ich start jetzt wieder anders Klappen und Hamilton, ey Auf wie viel Start bist du denn? Ja, warte Was? Ich hab einen richtig guten Start und ich bin richtig schlecht Ich nicht, ich Ey Ey Du hast mich einfach weggekommen Ich werd so getötet und ich bin tot Du hast meinen Frontflügel kaputt gemacht Ich hab nix gemacht Next then game over Nice Richtig gut Zwei Zwei Wochenenden Instant raus So schreckt das, Leute Das war's mit der Folge Haut euch ein Lasst mir doch Wenn es euch gefallen hat Und schaut natürlich bei Jan vorbei Vier Leute sind übrigens rausgeflogen Tschüss Ciao Zwei Wochenenden Zwei Wochenenden Zwei Wochenenden Zwei Wochenenden Zwei Wochenenden Zwei Wochenenden Zwei Wochenende 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 Vielen Dank.